Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tokyo Jungle. Die Szene, die ihr gleich sehen werdet, dürfte euch bekannt vorkommen. Ich bin in der 12. Story-Mission mit dem Tozer unterwegs. Ja, es ist jetzt halb 1 Uhr morgens. Es ist so spät, weil ich das jetzt gerade zum zweiten Mal aufnehme. Ich wollte es vorhin schon mal aufnehmen und bin erstmal total abgefehlt. Und ja, habe es dann weiter versucht und dann irgendwann, ich war schon echt, ich war schon am Tiefpunkt meiner Stimmung, habe ich es halt nochmal probiert und es hat tatsächlich geklappt. Ich habe den Hyänenbus tatsächlich besiegt. Habe aber keinen Commentary gemacht, weil ich dachte, na komm, packst du eh nicht. Ja, und dann habe ich es aber tatsächlich geschafft, habe dann den Commentary gestartet und habe dann gesehen, dass ich vergessen habe, die Aufnahme. mitlaufen zu lassen. Ja, fuckadoodle würde ich mal behaupten. Und weil ich danach so abgefuckt war und ich glaube, ich hätte derbst richtig böse irgendwie was kaputt hauen können, habe ich more or less ein Ragequid gemacht, habe die Aufnahme über den Haufen geworfen, die Ton- und die Bildaufnahme über den Haufen geworfen. Ja, und bin dann wütend abgestapft. Und weil ich das aber so natürlich nicht stehen lassen kann, habe ich das Ganze jetzt nochmal probiert, habe gerade eben den Säbelzahntiger erledigt und werde mich jetzt an die Hyäne machen. Und weil ich jetzt weiß, wie das funktioniert, weil ich nämlich einen kleinen Trick erarbeitet, kann man sagen, habe, wie man die Hyäne am besten erledigt. Und weil ich dieses eine Geschenk von vorhin wieder gefunden habe, was übrigens ein Ausdauer-Dörrfleisch ist, werde ich euch jetzt zeigen, wie man die Hyäne erledigt. Viel Spaß. Oh Gott, oh ja. Also ich war vorhin einfach nur mega übelst abgefuckt. Vor allen Dingen, ähm, das Elgato hat ja diese wunderbare Funktion, dass, ähm, Augenblick. Ähm, das Elgato hat diese wunderbare Funktion, dass, ähm, meine Ausdauer sich nicht regeneriert, jetzt regeneriert sie sich. Es quasi sich merkt, was du aufgenommen hast. Und weil ich aber, ähm, die Cutscene gerage quittet habe, wollte ich euch das nicht antun und habe halt alles über den Haufen geworfen, was ich aufgenommen hatte. Ähm. Wo ist denn jetzt das Ausdauer-Dörfleisch? Ach, ich bin vorhin gestorben. Ach, ist ja fucking... Fucking scheiße. Einfach nur fucking scheiße. Egal. Äh, scheißegal. Ähm, verzeih es mir, wenn ich ein bisschen unzusammenhängend rede, wie gesagt, das ist halb zwei morgens. Ich habe morgen Uni. Heute eigentlich. Aber ich habe euch versprochen aufzunehmen und das wollte ich jetzt halt auch tun. Und jetzt gibt mir das Gebiss. Also wie gesagt, das Elgato hat eigentlich die Funktion, dass es sich merkt, was du aufgenommen hast, ja. Oh, das lief vorhin aber besser. Und du es eigentlich dann, äh, zurückspulen kannst. Und, ähm, weil ich dann aber die Cutscene gerage quittet habe und dann die Tonaufnahme für den Arsch war und alles, was weiß ich. Ähm, ja, habe ich es gelassen. Jetzt habe ich es gepackt, ihr habt es gesehen. Mehr schlecht als recht und das, was ich jetzt tonaufnahmemäßig von mir gegeben habe, höre ich mir lieber nicht nochmal an. Ähm, aber ihr seht, ihr habt es geschafft. Mein, mein Herz wohnt gerade total, weil ich es gerade gepackt habe, ey. Boah, wie ich diese Mission abgefuckt habe. Unfassbar. Und einfach vorhin, ich war so sauer, ey. Es glaubt mir kein Mensch, wie sauer ich einfach war, weil ich erst mal eine Stunde aufgenommen habe. Ja, ich habe eine ganze Stunde aufgenommen, voll für den Arsch, weil ich, die ganze Zeit nicht gepackt hat. Dann habe ich es gepackt und dann habe ich die Aufnahme vergessen. Und dann hätte ich es aber zurückspulen können und dann war die Tonaufnahme für den Arsch, weil ich ohne Ende geflucht habe. Und, ah, ich war so abgefuckt, ehrlich, ey. Da musste ich erst mal Plätzchen essen. Genau da habe ich abgebrochen. Und weil ich euch halt echt keine, äh, unfertige Cutscene vorsetzen wollte, sind wir jetzt soweit. Aber jetzt habe ich es ja geschafft. Oh, um Gottes willen dieses, dieses Spiel ungelogen. Dieses Spiel treibt mich an, an, an meine Grenzen. Ehrlich, ey. Ne, da habe ich abgebrochen. Wenn ich jetzt gewusst hätte, das ist echt nur noch, na okay, noch ein bisschen. Oh, mein Fuß wird weh. Alter Vater, ey. Okay, also wenn jetzt, äh, ich noch ein bisschen aufgedreht und angeknipst bin, ähm, verzeiht es mir. Wie gesagt, ist es sehr spät. Ich muss in siebeneinhalb Stunden aufstehen und habe dann bis sechs Uhr Uni vor mir mit, zum Glück nichts zu tun, weil ich zwei Kurse habe. Einmal von zwölf bis zwei und einmal von zwei bis, nee, von vier bis sechs, äh, in denen ich keine Prüfung mache. Das heißt, ich sitze einfach nur da und sehe gut aus. Äh, deswegen ist es nicht schlimm, wenn ich ein bisschen, bisschen scheiße bin, den Tag über. Puh. Oh Gott, ey, ich bin jetzt einfach nur so froh, dass ich jetzt diese Aufnahme geschafft habe. Ungelogen, jetzt beim ersten Anlauf. Weil wie gesagt, äh, vorhin habe ich halt, äh, die ganze Zeit die Aufnahme gestartet, als ich dann bei der Hyäne angelangt bin und dann quasi dann aufgehört, wenn die mich kaputt gehauen hat. Und jetzt habe ich es beim ersten Durchgang jetzt gepackt. Halleluja. Ich habe, äh, übrigens, muss ich ehrlich gestehen, äh, im Internet geguckt, wie man es macht. Also bei YouTube, bei einer, ähm, amerikanischen Let's Playerin. Die hat aber die japanische Version gespielt und mir kam es vor, als hätte der Tozer in der japanischen Version einfach wesentlich mehr Schaden gemacht. Hier hat er ja echt nur ein Fitzel Schaden gemacht. Und wie der, wie der schlägt, ey, das ist mir so auf den Sack gegangen, der schlägt, äh. Und dann macht er erstmal Pause. Dann macht er erstmal Pause und guckt in der Gegend, drüber fliegt er nochmal, äh, äh. Und dann macht er wieder Pause. Boah, wie dieses Vieh mir auf den Sack geht. Alles klar, Jungs. Ich habe es gepackt. Boah, alter Vater, ey. Ich muss jetzt erstmal kurz durchatmen. Boah, scheiße. Dieses Spiel gibt mir echt an die Nieren ungelogen. Gut, aber jetzt haben wir es ja gepackt. Hyäne mache ich nicht, weil der gepackt mir echt, boah. Vor allen Dingen nehme ich jetzt auch echt nur drei Folgen auf. Das heißt, wenn ich jetzt angefangen, die Hyäne aufzuleveln, dauert das, äh, 15.000 Stunden. Das mache ich dann offscreen so ein bisschen, level ich die auf. Dann habe ich wenigstens gegen die Geparden so ein bisschen eine Chance. Und dann müsst ihr mir nicht beim Sterben zugucken. Äh, Zebra... Ne, ich wollte es eigentlich nur... Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich den Hasen spielen. Und die Story-Mission freischalten und, ähm... Ach, egal, jetzt habe ich schon das Zebra ausgewählt. Dann können wir jetzt endlich, endlich, endlich dieses scheiß Büffeltier freischalten. Um Gottes Willen, ey, Mary, beruhig dich. Atme tief durch. Oh, Gott. Ich muss doch schon die letzten drei Folgen so eine aufgedrehte Mary ertragen. Jetzt sollte ich mich ein bisschen, ähm... Ein bisschen mäßigen. Zentiere, sechsmal markieren, Shibuya, Außenbezirk. Das sind alles Dinge, die schaffbar sind und... Der Büffel ist dann irgendwo. Na, hängst du fest, Lily? Lily liegt neben mir und hängt mit ihrer... Mit ihrer doofen Kralle hängt sie im Bett fest. Na, kleine Schneckenkatze. Ja, das mit Lily dürfte ich bekannt vorkommen, weil vor mir, äh, Lukas hier war. Und aufgenommen hat und Lily ihm offenbar so ein bisschen auf den Sack gegangen ist. Sag mal den Zuschauern Hallo, Lily. Ne, die schnurrt nur, die sagt nicht Hallo. Dann machen wir jetzt mal. Äh, wir fressen aber erstmal. Wir rennen jetzt hier hin und fressen währenddessen ein bisschen, wenn dieses blöde Zebra mal fressen wollte. Äh, warum ich jetzt nur drei Folgen aufnehme, weil, ähm... Ich immer so ein bisschen... Also ich möchte gerne aktuell bleiben. Und werde dann halt am Sonntag wie gewohnt aufnehmen. Weil im Prinzip könnte ich jetzt auch die Folgen für die ganze nächste Woche aufnehmen. Aber erstens wird mir das zu spät. Und, äh, zweitens ist es dann so... Äh, ja, ich hab halt schon hier 15 Folgen und irgendwie laber ich dann immer den... Immer so ein Scheiß, der dann gar nicht mehr aktuell ist. Und das muss ja auch nicht sein. Vor allen Dingen wird mir die Woche wahrscheinlich noch so viel gammeliger Scheiß passieren. Dass ich ihn euch nicht vorenthalten möchte am Sonntag. Ja. Aber verzeiht's mir, wenn ich ein bisschen abgefuckt bin, ehrlich, ey. Diese Mission hat mich echt zum letzten Nerv gebracht, ey. Ich will gar nicht wissen, wie die nächsten zwei noch sind, wenn es noch zwei sind. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es zwei sind, weil ich meine, das bei YouTube gesehen zu haben, aber... Mäh. Ah, sie ist... Ihr seid tot. Ja, so ist das Leben. Kommt, das Zebra, ihr seid tot. Alter, dieses Zebra ist größer als das Auto. Was ist denn das für ein scheiß kleines Auto? Früher so ein Japaner, ey. Hahaha. Na, ich muss ehrlich gestehen, ich kenne mich mit Autos überhaupt nicht aus. Gar nicht. Ich hab ja, wie ihr wisst, auch keins. Und wenn ich jemals eins kaufen sollte, bin ich so ein leichtes Opfer zum übers Ohr hauen, weil ich nicht die geringste Ahnung von Autos hab. Also ich bin da typisch rau, ich hab keine Ahnung von Drehzahl und Kilometer und so. Und mein Vater ist übrigens lustigerweise Kfz-Mechaniker. Äh, der liebt Autos ohne Ende und kann ein Auto, eine Automarke, ein Automodell anhand des Scheinwerfers beziehteln. Also es ist schon fast wetten, dass reif, was der da kann. Ich hab mich dafür nie interessiert. Zumindest nie so, wie ich es hätte können, können sollen müssen. Ähm. Und weiß nur, dass ein Auto vier Räder hat und ein Motor. Ja, ich bin da typisch rau.